Svea Eckert ist jetzt bei mir im Studio, sie hat die Geschichte recherchiert. Also Sie haben die Daten gelöscht, aber die Daten sind natürlich weiter unterwegs. Wenn ich jetzt verunsichert bin, was mache ich denn? Also einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Damit muss man sich zunächst erstmal abfinden und wir wissen ja jetzt schon ein bisschen mehr und können uns natürlich auch ein Stück weit schützen. Der einfachste und schnellste Weg ist sicherlich erstmal alle oder zumindest einen guten Teil seiner Zusatzprogramme zu deaktivieren. Vor allem bei denen ich mir nicht sicher bin, wo ich nicht genau weiß, woher die kommen und was die machen. Und das andere ist, es gibt ja sichere Browser. Es gibt ja Browser, die sich mit dem Thema sicheres Surfen, anonymes Surfen, Anti-Tracking beschäftigen. Und da muss man sich einfach informieren und dann den einen oder den anderen Browser für sich finden. Das heißt aber, ich muss genau gucken, was ich da im Internet anklicke und was ich mir runterlade. Das ist ja glaube ich das, was wirklich besonders gefährlich ist. Also alles, was kostenlos ist, ist das eine Gefahr? Natürlich muss man sich immer fragen, wenn etwas kostenlos ist, ja, mit was verdienen die eigentlich Geld? Und wenn es kein alternatives Geschäftsmodell gibt, was da dahinter steht oder zumindest kein glaubwürdiges, dann ist natürlich immer eine große Gefahr, dass irgendwann diese Daten noch auf den Markt kommen. Also was es auch oft gibt, sind zum Beispiel Fälle von Erweiterungen, die zunächst einmal eben kostenlos waren, aus Investorengeldern finanziert werden, was ein Startup ist, wo was aufgebaut wird. Und dann wird das aber irgendwann mal verkauft. Und mit dem Verkauf werden auch die Daten der Nutzer verkauft. Also aber ein sicheres, ein 100% sicheres Surfen gibt es nicht. Wenn man jetzt aber in Deutschland weiß, persönliche Daten zu speichern ist verboten. Da fragt man sich doch, was soll das dann? Wie kann das sein? Wie kann das gehen? Tatsächlich ist so diese Art der Datensammlung, die wir jetzt in dem Bericht gesehen haben, sehr, sehr fragwürdig. Und man kann sich tatsächlich fragen, ja, also das kann doch mit unseren doch recht strengen Datenschutzgesetzen nicht konform sein. Das Problem liegt hier auch ein Stück weit in der Verfolgung dieser Taten. Denn zunächst einmal, in der Regel werden diese Daten über eine Erweiterung gesammelt. Die sitzt überhaupt nicht in Deutschland, vielleicht noch in Europa, vielleicht aber auch in den USA. Dann sitzen die, die diese Datenpakete bündeln, sitzen wieder woanders. Das heißt, wir haben auch ein Problem bei der Strafverfolgung in so einem Fall. Also, nicht ganz einfach. Im Visier sind wir aber wohl alle. Und was aber für Journalisten besonders gefährlich ist, das sehen Sie morgen bei den Kollegen von Zapp um 23.20 Uhr. Und ganz herzlichen Dank, Svea Eckert, für dieses Gespräch.